Die Substanzen, die unseren Organismus schädigen, sind vielfältig und man kann sie grob kategorisieren in auf der einen Seite Stoffe, die synthetisch hergestellt werden, die unser Organismus evolutionär bedingt nicht kennt oder auf der anderen Seite Stoffe sind, die unser Organismus zwar kennt, aber nicht in den Mengen verkraftet, die wir ihm nun zuführen. Und es gibt wie gesagt schädigende Substanzen in ganz vielen Bereichen, in der Kosmetikindustrie oder auch in der Umweltgifte und dann gibt es natürlich einen großen Bereich an Substanzen, die wir uns einverleiben, also mit der Nahrung aufnehmen und das sind jetzt hier die großen, die wir praktisch in vielen industriell gefertigten Produkten finden. Da fangen wir an mit den Pflanzenschutzmitteln, also wenn man sich jetzt überlegt, warum trägt ein Bauer oder ein Landwirt Pflanzenschutzmittel auf die Felder aus, dann stellt man fest, naja, das tut er, damit er seine Zuchtpflanzen schützen kann. Also er will nicht, dass diese Pflanzen von irgendwie Bakterien oder Insekten oder auch kleinen Nagern angegriffen werden und er trägt Gifte aus. Und diese Gifte stören oder töten, schädigen diese Kleinstlebewesen. Und Rückstände von diesen Pflanzenschutzmitteln gelangen immer in unseren Organismus, weil sie einfach der Nahrung anhaften. Und dann stellen wir fest, das ist auch relativ schnell selber herzuleiten, dass diese Substanzen auch für unseren Organismus nicht gut sind, denn sie schädigen auch die Bakterien, die wir in unserem Darm haben, im ersten Schritt. Und es gilt immer der Grundsatz, wenn die Darmflora geschädigt ist, dann entstehen Folgeschäden in unserem Organismus. Und es gilt immer der Grundsatz, wenn die Darmflora geschädigt ist, dann entstehen Folgeschäden in unserem Organismus.